Dann hätte er ja nämlich gerade ein Update gezogen. Ja deswegen selber wundere ich mich ja auch. Aber hat er ja nicht. Fleisch haben wir, Pornomayo, Brot. Und da und da haben wir dann nicht auf die neueste Version geupdatet. Ne. Oder habe ich es doch gemacht gehabt? Weiß ich gerade nicht. Eigentlich nicht. Ein Junge Brot. Ich wollte wie viel Fleisch haben wir denn noch, eins, zwei. Äh, noch mehr Kobold. Genau Material. Pfanne. Hm. Jetzt muss er mal genau Brot herstellen. Brot. Brot. Brooooot. Brrrrrot. Brrrrrrot. 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 Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Schwass. Ist immer richtig. übrigens habe ich für den zeitraum urlaub na stopp das ist top top das hat alles genehmigt nur wann über weihnachten habe ich nicht in dem ich bekomme für dieses Jahr für A8 das ist wieder nur die mit kindern voll A8 egal muss halt durch durch so nur dass man auch mal krank ist man auch krank da was dafür sein gelber schein sollte jetzt mal genau ich wollte jetzt Mario machen jetzt brauche ich noch Mario? entweder für irgendeine Tufe und eine komische Schale ich brauche ja mal ein bisschen namnams zum glück ist hier gerade kein garst mehr garst? oh das waren andere Gase ja wenn du Kurve heute in der Decke hängt und du dich dann erstmal über Lava bauen musst um da ranzukommen ist doch nicht schlecht ich bin sowas oh nicht oh das bräuchte noch ich frag gar nicht warum hä? was ist denn? nix hast du dir deine Halluzinationen? immer so wie immer immer wir sollten mal ähm zumindest bei mir alles einschalten ich weiß nicht warum witzig dunkel ich bin sowieso nie im dunklen sowieso immer brain afk bin im kopf ja brain ich frag gar nicht warum es jetzt regnen muss also neun mal kobold drin und dreimal alight top du frag mich nicht wo ich in der helle kratzen wenn du den atlas mit hast findest du das automatisch ja ja ich hab den atlas mit aber ich hab da noch nicht drauf geguckt wie sag ich denn du frag nicht wo ich grad bin ja mit atlas findet man das ist mir auch relativ weil wenn wir den atlas haben ja deswegen und zur not kann man immer noch mal kurz in die hölle kommen koordinaten sagen und fertig oder nö mal glaub ich wieso denn findest du schon zurück glaub an dir boop sandwich wofa man haben wir wieder referieren spring salad kann man noch irgendwas mitmachen da kommt noch so ein chamba so machen wir das auch noch ich noch paar paar gurkschen gurkschen däm 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 da müssen wir mal ein bisschen material wegkriegen hier frage ist wo sind gurken du bist ne gurke du bist ne gurke du bist ne gurke ne gurke ne gurke ne gurke und du bist die gurke Steve Urkel Steve Urkel so so es waren jetzt nochmal kobold und einmal adai oh verbiss ich bin hm noch irgendwo war hm da hinten ist nochmal adai so irgendwie lange war nämlich zu hauen das klatscht gleich oah heeeh heeeh bam bam ba la da da du sagst das klatscht gleich jetzt geh weg aber kein Befall heeeh ne klatsch gleich klatsch gleich klatsch gleich ich kann sogar pennen gehen geil ein knallrotes gummi boot na 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 oh ich muss ja was trinken ich habe ein knall rotes gummi boot knallrotes gummi boot Ein knallrotes Gummiboot mit Ladung verkohrt. Knallrotes Dumpfiboot? Ja, das ist sowieso. Dumpf, 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 dumpf. Da ist... Okay, kein Creeper. Da ist ein knallrotes Gummiboot. Da ist ein knallrotes Gummiboot. Schau, schau, schau. Boah. Autsch. Was sind denn Gürken? Ginger, Beans. Da ist nochmal Kobold, da ist nochmal Ardite. Natürlich überall in den Decken drin. Da kam Knochen grad angeflogen, Beans. Kobold, Kobold, Ardite. Kobold, Ardite. Okay, also die Gebiete rennen grad. Sieht man, weil so viel Kobold und alles auftaucht. Blub, 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 blub. Ja. So eine Art ist wirklich so. Weil... Vieles in der Decke, du. Oh, ich erstmal hochbaui, baui machen da. Blub, 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 blub. Hä? Haben wir nie die Dinge angebaut? Was haben wir? Jumbos. Ich find die nicht. Keine Ahnung. Die haben wir... Äh, die haben die angebaut. Ja stimmt, ist da hinten... Oh leid. Okay. Hier. Das Spiel. Gibt's ein paar Brote hier rein. Ich brauch ein bisschen viel Brote. Jaaa. Jaaa. Ja, Pigman. Brauchst die nicht offen. Bemerkbar machen. Interessiert eh keinen. Und gleich zack. Schlag in den Nacken. Schauen wir was ist da unten. So, wo waren noch andere Dinge in der Decke? Oh Mann. Ah, das klingt. Achso, hier fehlt... Genau, ich füllte das Zeug immer. Gibt's auch noch Material sammeln dafür, Mann. Hm, Kaka. Wir haben zu viel Honig. Das ist doch mal klar. Das ist eigentlich dieser komische Mistetheimer. Ähm, tipp mal Black. Blacks Zweiter. Okay. Um einfach nur Shadate zu ärgern. Shadate? Um Shadate jetzt zu ärgern. Ne, ist Black jetzt wieder häufiger da? Oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich achte da so nicht drauf. Bin ja auch noch selten hier drinnen. Bin halt nur dauerhaft online. Ja, du bist immer dauerhaft online. Das ist doch bei dir normal. Also wenn ich jetzt... Warte mal, ich schau mal eben. Task Manager öffnen. Also mein Task Manager sagt, dass ich jetzt 30 Tage... Ja, 30 Tage, 1 Stunde, 45 Minuten, 55... 56 Sekunden online bin. Ja, du meinst nicht. Ich hab zwischendurch mal gestartet. Nö. Gibt's nicht. Gibt's selten. Wenn mal Vicky was ist. Mach ich auch noch selten. Oh, da ist nochmal Adai. Mit Kobalt. Und das Drains, ja. Fällt doch bei mir eigentlich nicht. Drains. Ja, 4 Tage, 16 Stunden, 16 Minuten. Ja, siehste. Fällt. Kobalt. Kobalt. Ah, Adai. Firelock, Firelock, Firelock. Nee. Das braucht eigentlich noch ein bisschen Oak. Oakwood. Kogwood. Oakwood. So. Was haben wir... Ich glaube, es reichen nur Tische bei dem... Wenn wir da unten noch einen Ofen aufstellen, extra, ne? Ja, normalerweise reichen da Tische. Also, ne? Ja. Tische reichen immer. Kann ich dir nicht sagen. Geh halt ein bisschen Holzhacken hinten. Holzhacken. Ich habe ein bisschen Oakwood. Damit es unten auch schon ein bisschen wieder gleichmäßiger gut aussieht. Oder gleichmäßiger beschissen. Ja. So. Wo ist der Kobalt? Kobalt. Ja. Da. 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 Oh, nett. Da. Wie auch nochmal... Das. Kumpelschmarschmarschst. Es��를en. Mit einem wicked布, die so k looked und zerbrauchen und sahen. Haben wir noch ein bisschen Lava in Reserve Ich dreh mich grad um, guck da grad hin in eine Richtung. Oh, da ist er auch noch mal. Cheetah. Na, pick mir ein bisschen die Lava. Cheetah. Also, rein mit dir. Tschüss. Autsch. Wir haben natürlich einen Magmaslime angehüpft. Der hättest du von hinten anhüpfen müssen, dass du in der Mitte runter fliegst. Platsch. Ne, der kam aus der Lava gehüpft. Oh, schade. Na, dann komm her, du Film. Das ist Vieh. Sag nicht sowas. Doch. Nein. Haben Flay auch Gefühle? Nö. Aufsieh da los. Vielleicht haben die das aber und du weißt es halt nicht. Ne, die haben keine Gefühle. Ach klar. Klopp. Wie ich mir das vorstelle immer, wir hatten damals so viele Maschinen, wo du einfach unendlich nachher Holz hattest. Und jetzt bist du dann ganz, jetzt hast du einen Mangel. Voller Unterschied. Mangelbarbar. Holz holen. Holz holen ist echt schwierig. Weil es nervig ist. Ja. Gut. Mit ein paar Mods geht das aber dennoch. Ja. 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 Weil wir trotzdem recht viel Ressourcen hatten. Ja. Meistens ging das trotzdem nicht mehr. Ich sag mal so, meist für 40 Stunden hatten wir da Material. Mäßig gesehen. Ja. Lauten Taschenrechner. Ja. Ja. Und irgendwann ist da ein Blubende. Ja. Deswegen haben wir meistens dann eher immer nur die Hardcore-Face-Modpacks gespielt. Guck doch. Wie viele Modpacks hatten wir denn schon durch? Auch wie viele eigene? Genau. Wie viele Modpack sind.